Willkommen zu einer neuen Folge Skrubble IO, nein IO, ähm, heute mal wieder zu dritt, allerdings einmal mit dem Lukas und auch wieder dem Thilo, gut, jetzt habe ich einfach meinen Namen gesagt, äh, so, äh, Startgame, Startgame, so, oh Gott, ich muss zeichnen oder was, nee, oh Gott, zum Glypus, der Lukas muss zeichnen, so, So, was ist das denn? Erstmal ist es ein Baum, das wird spannend, okay, danke, Moment, hätte passen können, Apfel, Apfelsine, Blaubeere, oh mein Gott, Auge, nein, hast du das, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buchstaben, Helm, nein, Helm hat vier, was, Hau, Wow, die, oh mein Gott, Erde, nein, Planet, oh Gott, ich bin echt gut in dem Spiel, aber immerhin hast du die wenigsten Punkte, so, so, erstmal hier schon mal ein Like geben, äh, 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 Kugel, hast du diesmal nur vier, das könnte auch ein Apfel sein, nein, äh, nein, oh scheiße, wie heißt das, Birne, uh, f., äh, äh, wie heißt noch mal, n, 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 ne, ja, 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 wow, Kartoffeln bei vier Buchstaben, nein, aber, Aber diese Herrchen, irgendwo, irgendwas kommt mit... Ach, scheiße. Ach so, äh, oh, scheiße, wie... Ah, doch. Oh, Mann, mir ist der Name nicht eingefallen. Diese Herrchen, ey. Uuuh. Ist echt gut, dass ich schnell tippen kann. Okay. Hat wird jetzt erstmal... Dann macht man so... Moment, nee, nochmal neu. Dann macht man so... So, nee, okay, ich mach nochmal neu. So, ich hab erst das. Ach, scheiße, ich mach nochmal neu. Moment. So. Drei Stunden später. Dann hab ich so, dann hab ich... So. Dann hab ich... Das. Ich bin so schlecht. Also, ich weiß jetzt nicht, was daran so schwer war. Ach, gelb. Ja, voll gut. Okay, das sollte wirklich leicht sein. Okay, wenn's so leicht ist, dann... Hau mal raus. Schau. Apfel, Baum. Oh, scheiße. Ich dachte, ich mach so'n Scherz, weißt du. Und dann... Oh Gott. Okay, egal. Fred ist drawing. Okay. Ähm. Oh, ähm. Fuck. Es ist kein Zug. Ja, mhm. Merke ich grad selbst. Ähm. Ah. Moment. Ne. Äh. Ne. Hä? Äh. Also, es ist kein Zug. Es ist kein... Es ist originalen Zug. Ach so. Ja. Es ist kein Zug mehr. U.S. ist am Ende doch bestimmt. Also, es ist ein... Bus. Ich weiß nicht, was ich da mache. Moment. Ja, dann red mit uns, sag uns, gibt uns irgendeinen Hinweis. Ja, es ist eine große Version davon, das hat die kleine Version davon, es gibt die kleine Version. Ach so. Moment. Äh. Das ist echt komisch. HDDD, ich komm nicht drauf. Klein... Och, nee. Ja, dann... Ja, dann stellt das... Dann mal da so ein VW oder so hin. Ja, weiß ich doch nicht. So, wie ich VW meinen kann. Okay, pass auf, ja. Jetzt kommt hier Künstler à la Playa. Vielen Dank für ein Like. Kein Problem. Der Punkt war schön. Was für ein sehrer Punkt. Hat er eine Erfolgskurve. Ich versuch's ja auch diesmal. So, hier ist dann so was... So ein Dings, ne? Und dann ist hier so... Wasser... Da wird aufgekackt. Und... Und der Grund ist das hier. Und manchmal gibt's auch so welche, die machen dann das. Und... Okay, da bin ich jetzt nicht so ganz draufgekommen. Eine wunderschöne Clique. Ach, du Scheiße. Äh... Ihr werdet, glaube ich, nie draufkommen. Ja, das sind deine Punkte. Äh... Ja, Scheiße. Äh... Ja. Was soll ich nur machen? So. Hirakui is drawing now. Erstmal ein Dislike direkt. Ich hab grad Mirakuli verstanden. So was? Mirakuli. Gibt's ja erst weits. Also, es geht schon mal um das Teil hier. Ja, aber ich hab echt... Äh... Krasse Baukünste. Das... Hau! 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 Also, es geht um das Teil hier. Okay, Kupplung. Nein. Aber warte, warte. Ähm... Lenkrad? Nein. Steuerrad? Nein. Nein, 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 nein. Scheiße, es ist ja noch schwieriger. Ah, hier! In die Länge! Okay, ich kann echt nichts zeichnen. Ah, klar! Geht vielleicht so ne runde Schraube mal, so mit so runden Kopf und dann so... Was ist denn? Vuvuzela? Wow, jetzt hab ich am wenigsten Punkte. Ich bin jetzt echt arm, ey. Was soll das Vuvuzela? Was? Ist das irgendein Wesen? Vuvuzela? Was meinst du mit Vuvuzela? Er sagt, er bin mir bei der Auswahl. Ich weiß nicht, was Vuvuzela ist. Kein Plan. Oh! Oh mein Gott, ich weiß. Klippe. Nein. Das wär's gewesen. Baum. Oh ne, Baum hab ich schon geschrieben. Oh mein Gott, was ist es? Oh, er... Erd... Nein, Erdhaufen ist es auch nicht. Was? Erdhaufen? Wow! Eisberg. Moment. Fäkalien. Volles Fachbegriff. Nein, das ist scheiße. So. Garde. Wie macht ihr das? Okay, also... Ich hab jetzt nicht das... Oh mein Gott. Höhle? Oh mein Gott, wie schlecht. Obwohl... Ähm... Moment. So... Erstmal so... Dann so... Und dann... Schade. Äh... Oh Scheiße, ich dachte du... Ja, jetzt aber noch nicht, dann hätte ich mal Punkte. Hehehe. Ne? Schon Runde 4, ne? Ach Gott. Ach du Scheiße. So... Na ja, da hatten wir schon... Also ich darf keine Begriffe mehr nehmen, die wir schon haben. Ja, da hatten wir schon. Mit dem Planet. Oh mein Gott. Also... Oh mein Gott. Ja. Queen. Hehehe. Queen. Komm Tilo, du machst das jetzt. Oh Gott. Ist ganz schwer. Moment. Hält dich. Achso, äh... Ja, natürlich. Ganz klar. Äh, ich komm nicht drauf. Ganz klar, ja. Ja! Ich hab... Ich hab gleich mal Punkte als du umgefickt. Och ne! Och ne! Wer ist da drauf kommen können. So. Aber... Magnet ist doch normal rot und grün. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, ich dachte auch, ja. Nein! Grün! Echt? Ja! Dann ist halt grün. Ich guck das jetzt mal. Ich guck das nicht. Das kommt hier schon mal weg. So. Und dann... Ich seh nur rot und blau. Nicht grün. Ups. Oh Gott. So. Schau. Ähm. Was ist das? Was gibst du einem Flugzeug, das mit P anfängt? Also... Was? Also ich... Also ich... Jetzt extra nicht mehr Tipps, auch wenn es fies ist. Aber ich will halt... Also ein Pfeil könntest du wenigstens machen. Nein. Oh Mann, hier ist das so den größten Tipp gegeben. Ein Pfeil. Wo ist das denn? Ein Pfeil, das bedeutet, das sind die Trage. Es könnte auch ein Flügel sein. Es könnte auch ein Heckdienstkirchen sein. Ja. Ich habe jetzt gedacht, zeige ich dir ein Auge. Ein Auge. Das ist... Als ob du das nicht ergänzt. Ich meine, hey. Okay. Okay. Okay, ich hab schon mal mehr Punkte. Geil. Ähm. Wow. Achso. Ich will meinen Like geben. Na. Ich auch schon. Ähm. Paprika. Nein. Freude. Ähm. Depression. Nein. Also es geht ja um das Teil hier. Achso. Das ist... Das Teil ist groß und das ist dann zugesehen das Gegenteil. Groß und was? Wieso ist das denn sein? Das ist die Frage, ja. Ist das ein Schwarzkopf? Achso. Moment. Nein. Das linke ist groß. Das rechte klein sind das... Ähm. Eigentlich andersrum, aber okay. Friseur. Das linke ist groß. Friseur ist klein. Okay. Aha. Hä? Generationen. Alter. Der Friseur schrumpft. Mensch, das weiß man ja. Ja, natürlich. Ey, was soll das? Ja, ich kann nicht. Das ist winzig. Hat das schon gesagt. Ja, das ist das Gegenteil von groß. Ja, das ist klein. Finzig ist halt richtig klein. Ähm. Okay, das wird noch richtig knapp, aber ich glaube, Thilo gewinnt. 100%. Aber ganz knapp. Nee. Äh. Äh. Nein, 3. Äh. Pfeil. Nein. Nein, das reimt sich nur auf... Nein, das reimt sich auch nicht auf 3. Ähm. Mir fällt grad noch ein... Nichtmals ein... Wort mit drei Buchstaben aus. Ein. Ist ne Abkürzung. Ach nee. Abkürzung, dann bin ich ganz gut. Eka. Was ist das? Aber hinten großen F, das ist wirklich ne Abkürzung. Ich glaub da steht noch irgendwas drauf. Äh. Ich bin mit... Ich hab immer noch keine Meinung. Ich würde jetzt so Einkaufstüte oder so sagen, aber... einkaufstüte was zeichnest du das ist okay ich muss ja so lange ich 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 mal so ich 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 ja Oh, okay. Oh, fuck. Hast du die letzte Runde? Scheiße. Ah, nee. Oh, mein Gott. Es war aber sehr knapp. Ich kann Mathe, ja. 35 Punkte. Oh, mein Gott. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bin echt froh, dass ich nicht letzter bin. Ich bin auch froh, dass ich nicht letzter bin, ja. Ich würde sagen, Milo hat es sich auf jeden Fall verdient. Nicht verlassen. Ja, toll, danke. Und bis dann. Man sieht sich und baba.